Hallo und herzlich willkommen ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Black Ops 3. Ja wir zocken ne Runde Team Deathmatch auf der Map. Hunted, ja Hunted ist es. Ja, da gucken wir jetzt mal, das war. Ja, alter, entspann dich mal. Zack. Was? Never ever, ey. Ey, was ist denn los hier? Ey, ich wollte schon sagen, ey, wenn ich den nicht kriege, dann ist es echt peinlich. Eigentlich müssten die da jetzt hier kommen, oder? Ja. Geht doch. Jetzt nur nicht sterben. Prozess Abschuss. So. Jetzt mal eben schnell die Schwebeladung raus. Shit. Ach kacke, jetzt ist da einer hochgekommen. Battery erbittet Vorratskistenabwurf. Okay. Blitzschlag, so. Auf ein neues. Kommando, Blitzschlag einsetzen. Ein. Ein. Ein Anschuss. Besser als gar nichts, oder? Treffer, ein. Feindlichen Observer erledigt. Das gibt es doch nicht, warum verreckt die Drecksau denn nicht? Habt ihr das gesehen? Der ist durch meine Kriegsmaschine geglitscht. Hindurch. Garnate im Anflug. Garnate im Anflug. Ruin getötet. Outrider neutralisiert. Fuck man. Der hätte es sein müssen. Fuck man. Der hätte es sein müssen. sauberer Treffer. Der war gut, der war gut, ey. Hat der gedacht, er kann jetzt einfach so an die Wand laufen oder was? Er war witzig. Er ist ein Comedian. Ich hab ja auch schon zwischendurch echt lustige Fails mit drin, ne? Aber er, der war gut. Sauberer Treffer. Sauberer Treffer. Schwebeladung erwartet Aufgaben. So, mach schnell hier. Sauberer Treffer. Schwebeladung erwartet Aufgaben. So, mach schnell hier. Garnate im Anflug. Garnate im Anflug. Garnate im Anflug. Wo bist du jetzt, du Drecksau? Garnate im Anflug. Nein, da war schon einer hinter mir. Garnate im Anflug. Garnate im Anflug. treasures говорger. chumann, warum verrecken die denn nicht? negóne gesichtet. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Boah, ey, 1, 2010. 10, ey. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Ihr enttäuscht das Abkommen im Hertha. Norbert Abschuss. Da. Siehste, so spielt sich das, wenn man Teammates hat. Seraph ausgeschaltet. Komm, schieß auch mal, Kollege. Ach, fuck, man. Bedrohung neutralisiert. Oh, fuck. Vorräte in Bereitschaft. Ich brauch ne Waffe. Oh, shit. Da ist es schon vorbei. Aber ich geh wenigstens mit nem stolzen 2710 raus. Dafür, dass... Dass man hier eigentlich so abgekackt hat. Es hätte auch ganz anders für mich ausgehen können. Und dafür, finde ich, habe ich mich noch ganz gut geschlagen. So, und ich sag mal, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.